Die Frau betrat aufgeregt ihr Haus, stürmt auf ihren Mann zu und sagt mit einem Lächeln Herbert, ich möchte jetzt sofort mit dir schlafen. Der Mann schaut irritiert und ungläubig zugleich, winkt ab und antwortet Ach Schatz, wir haben es doch heute schon fünfmal getan, ich kann einfach nicht mehr. Die Frau ließ jedoch nicht locker und flehte Bitte, nur noch ein einziges Mal. Der Mann seufzte und erklärt, aber wir haben es doch schon vor dem Aufstehen, vor dem Frühstück, nach dem Frühstück, in der Mittagspause und am Nachmittag nach der Arbeit gemacht. Ich kann wirklich nicht mehr. Weißt du, was ich glaube? Du bist sexsüchtig und du solltest unbedingt mal zum Arzt gehen. Die Frau völlig verzweifelt, das bringt auch nichts, da komme ich gerade her und der kann auch nicht mehr. Lachen Untertitelung des ZDF, 2020